Was ist da los? Hat die gerade was fallen lassen oder sowas? Au, okay, das war der Schlag. Okay. Au, Mist, pflanzen Viech. Geh kaputt! Geh kaputt! Boah! Da hat sie mich halt original umgeworfen. Kann ich sie, kann ich sie überhaupt töten? Ich weiß es echt nicht. Oder muss ich hier irgendwie andere suchen zu stellen? Magnum Schoß, rette mich! Ich hoffe, das war auch ein Magnum Schoß, hat irgendwie einen Pistollenschuss angehört. Okay, noch mal. Ha! Aber war schon ein härterer Kampf hier? Boah! Das hat jetzt aber ordentlich Schoß gekostet, ehrlich gesagt. Hm, okay, machen wir die mal wieder voll. Also, Selbstverteidigungswaffe ist leer und die Pflanze hat uns zur Warnstufe gebracht. Okay. Hm? Ein Hausschlüssel. Das bedeutet, wir müssen wieder zurück. Wo hat sie das? Boah, ich glaube, ich glaube, noch mal kurz umschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Gutes. Hm, anscheinend nein. Was sagt hier die Karte? Okay, scheint sauber zu sein. Heyho, ich grüße euch! Tür lässt sich nicht aufnehmen. Das ist wohl wegen dem Regal, was davor steht. Wir haben gerade die Pflanze gegärtnert. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But... Richard... He's... Gone. I'm sorry. It's my fault. I should have... Watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Das freut mich auch, Rebecca. Das ist jetzt hier drinne? Das meinte sie wohl mit medizinischem Raum. Hm. Ja, bitte. Ja, Becky. Sehr gut, entschuldigt dich. Ich esse noch ein bisschen Pizza. Jetzt Chris touchen sie doch nicht so an. Die Umarmung ist da schon drin. Be strong, Rebecca. Take care, Chris. Na gut. Du auch. Der Helmschlüssel. Okay. Das heißt, einmal zurück ins Herrenhaus. Übrigens, ein sehr schönes Exemplar. Ja, ich komme. Ich danke. Ich finde, wir viel gut. Ich finde, wir kommen in die Pfle. Ich habe eine neue Pfle. Ich finde, ich habe ein sehr gut. Es ist eine Pfle. Ich bin mir für eine Pfle. Ich finde, ich habe ein eigenes Zerwâr. Ich möchte dich für eine Pfle. Ich denke, ich habe ein bisschen mitz분. Jesus beschleunigt das. Ich bin mir für ein Pflaster. Ich bin mir für ein Pfleut. Ich bin mir für ein Pfleut. Wesker? Chris, du bist hier. Meine Worte genau. Wo ist Jill? Ich dachte, du war mit ihr. Ja, ich weiß. Wir wurden verabschiedet. Oh, Albert Wesker. Böser, Böser, Mann. Schrägstrich Kreatur. Kann ich jetzt hier dran vorbeilaufen? Jihau. Hm. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ab jetzt wird, glaube ich, die Schrotflinte unser ständiger Begleiter werden. Gut, aber zuallererst. Ich mach mal die normale Flinte leer, damit die Schüsse nicht umsonst sind da drin. Hm. Mir gefällt aber gar nicht, dass hier so wenig Platz ist jetzt im Inventar. Okay, das bedeutet, wir machen jetzt mal kurz so. Ich glaube, um zurückzukommen, brauchen wir, glaube ich, die Kurbel. Wer mich nicht alles täuscht. Den nehme ich mal zur Sicherheit mit. Ich würde sogar schon mal sagen, noch mal kurz zu speichern. Nochmal kurz zu speichern. Okay. So, oh, 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 sie wieder zurück. Hm. Soll ich vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Nein. Ich entscheide mich mal dagegen. Okay, dann mal wieder zurück. Okay, was ist dabei? Damit müssten wir eigentlich klarkommen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Mh, 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 mh. Nein. Okay. Es gibt nur noch den Ausgang. Den Weg zurück ins Herrenhaus. Ah, hier kamen noch Schlangen rund, oder? Ist immer noch so. Nö. Mit unserem kaputten Funkgerät. Boah. 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 Sind die tot? Ne, die sind nicht tot, okay. Was? Was? Ist ja auch aufgesperrt, oder? Äh. Was? Ist ja auch aufgesperrt, oder? Ah, nee. Ah, nee. Vergiftet haben sie mich jetzt nicht. Nein. Zum Glück. Glück gehabt. Schnell weg hier. Schlange. Ekelhaft. Aber wenn wir sie schon mal dabei haben, ich glaube, da benutze ich's mal. So. 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 Einmal schön geflutet. Der Wasserpfeil ist nicht mehr zu hören. Das ist doch wunderbar. So. 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 quantitatively, Was ist denn hier ein schönes? Aha! Schätzen Sie sich jemals vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefallt ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit sie entkommen können. Das ist schon mal sehr gut. Dankeschön, Wesker. Auch wenn du böse Absichten hegst, das wissen wir beide und die Zuschauer natürlich auch. Gab es hier nicht eine Kiste? Ne, hier ging es raus. Da ist nichts mit Kiste. Hm, aber ein bisschen was kommt mir noch mit neben. Okay. Hm, den kann man eigentlich stecken lassen würde ich sagen. Erst beim, ich habe eh keinen Platz mehr mehr mitzunehmen. Sch, aus. Das werde ich nicht vergessen. Boah, jetzt geht's hier, Wes. Boah, weg von dir. Boah! 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 Okay, er hat uns nicht getötet, das ist doch schon sehr nice. Oh 좋아. Diese Viecher sind so widerlich. Und widerlich starb vor allem. Byde! Da vermisst man richtig die normalen Viecher So wie ihr, wenn ihr von oben bleibt Und ein bisschen am rumkrechtsten seid Dann geht's Okay, ich gehe mal In den medizinischen Raum Als Ausgangsposition Und rüßt man hier drinnen aus Würde ich mal vorschlagen Okay, das bedeutet Einmal hier durch So Was? Wo ist Ringelreizombie? Nein, er ist nicht mehr anwesend Wieso? Nein Nein Rippe Ringelreizombie Warst Mein einziger Freund Und nun bist du weg Wieso? Wieso? Wieso?